2000. 2000 ist eine Zahl. 2000 ist zweimal 1000. 2000 ist eine Zahl mit drei Nullen und davor die Ziffer 2. Im Jahr 2000 hat es einige Entwicklungen im Yoga gegeben. Man kann sagen, eine große Yoga-Welle begann im Jahr 2000. Nicht umsonst hat im Jahr 2003 Yoga-Vidya Bad Meinberg eröffnet. Ab dem Jahr 2000 hat Yoga-Vidya nach einem größeren Ashram gesucht. Und auch einige Yoga-Vidya-Zentren haben im Jahr 2000 begonnen. Man kann sagen, Jahr 2000 bis zum Jahr 2019 war eine große Gründungswelle für Yoga-Zentren in Deutschland.